Habe ich denn gar nichts, was meine... was mein Leben hochpushen kann? Wo muss ich her? Hier her. Ihr wollt mich verarschen, oder? Das war zu weit nach unten. Ja... Schon klar, ich... Ich find's halt nur... Weiß ich nicht, also... Wenn einen dann beide attackieren, gebe ich zu, finde ich's ein bisschen übertrieben. Also was soll ich denn... Was soll ich denn machen? So... Ich... Ich hab doch überhaupt keine Chance. Außer zuzugucken, wie sie mich zerfleischen. Zu zweit. Und was machen die Scheißfliegen hier? Sie bringen mich safe irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Ja, ich geb zu, so ein Chaos mag ich leider nicht. Das ist nicht mein Chaos. So, weil... Ich weiß nicht, ich kann verstehen, dass man's macht, aber warum? Ja, klar, wenn man in der Gruppe spielt, ich weiß nicht. Ich geh davon aus, wenn man in der Gruppe spielt, dann sind die Monster... Wahrscheinlich haben die dann mehr Leben oder so. Keine Ahnung, weil sonst fände ich's irgendwie auch komisch, aber... Ähm... Wenn ich das so überlege, dass ich jetzt alleine bin gegen... Zwei feuerspeiende Riesen-Echsen... Die mich beide, wohlgemerkt, vergiften können. Ohne Probleme. Was soll ich denn hier? Ich will doch gar nicht nach hier hin. Wenn ich jetzt gleich am Lager bin, ne? Ich möchte nicht zum Anya-Nav. Sag mal, ich wollte mich doch verarschen, oder? Ich presse gleich die Quest ab und fange von vorne an. Ich glaub, das mach ich auch, weil... Wie lange bin ich jetzt in dieser Quest? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Ich muss ja den anderen auch noch tot bekommen. Mein Gott. Wenn die verkackten Wege wenigstens nicht so lang werden, ne? Ja, ich lauf einfach mal den Dinger hinterher seit einer halben Stunde. Lass mich nicht in Ruhe, wenn die mich angreifen, ne? Ich drehe durch, hieß das. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen. Ich will doch nur diesen blöden Raffalos finden. Das klappt aber nicht, wenn ihr... Ich geb zu, jetzt grad nervt mich diese Mission. Mich nervt diese ganze Situation gerade. So, es wär alles gut gewesen, wenn der blöde Raffian nicht da gewesen wäre. Also, darf ich mal jetzt... Du scheinst damit ja auszukennen. Äh, sind die Monsterkämpfe bewusst schwerer, wenn man zu zweit spielt? Oder sind die einfach genau so spielte? Also, hat ein Raffalos, wenn man zu zweit spielt, mehr Leben? Oder ist das einfach praktisch genau der gleiche Kampf, nur dass man halt zu zweit draufhaut? Oder zu viert? Wie das Spiel mir das immer vorschlägt. Wenn du jetzt das Gebiet wechselst, ne? Du willst mich verarschen. Ich schaff das zeitlich nicht. Weil die mich jetzt wieder eingreifen, weiß ich wieder nicht, wo er ist. Wie, die greifen mich nicht an? Wie kommt's? Guten Tag, da werden wir durch. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Ich kämpfe gegen euch jetzt nicht. Das große Vieh ist nicht hier, ich geh weiter. Boah, wo ist das denn jetzt? Oh Mann. Ich will doch kämpfen. Ich möchte es wirklich. Oh, ihr macht mich verliere. Bist du jetzt echt wieder nach ganz oben geflogen? Nee, geh weg. Der will mich doch verarschen, oder? Ja, du willst auch verschnauzen. Das habe ich schon verstanden. Können wir einrichten. Der ist echt wieder nach oben geflogen. Boah, ey, mein Gott. Ich springe ja nicht nochmal runter, ne? Ich warte nächstes Mal einfach oben auf den. Jetzt renne ich hier wieder durch Gebiet 17 durch, und dann sehe ich ihn wieder wegfliegen. Ich warte mich doch verarschen. Ja, ich warte jetzt. Du kommst ja gleich wieder. Ich werde da nicht nochmal runterspringen. Du bist der Falsche. Ich muss sagen, wie du hier bist, schläft der Raffia nicht. Also ist okay. Da ich ja irgendwann mal kämpfen muss. Gegen irgendwen von euch. Ich wollte gerade sein, du musst nochmal zweimal, ne? Ja, zweimal. Ja, natürlich. Ja, natürlich kommst du jetzt auch. Hi, guten Tag. Hast du mich vermisst? Habe ich gerade beiden Schaden, wie man? Ja, gut, das war's doch schon wieder. Die beiden. Wofür habe ich meine Palinkos da? Wofür seid ihr da? Ihr steht beide in mir drin und guckt beide zu, wie ich sterbe. Darf ich mich bewegen? Ne, komm, das hat keinen Sinn. Wo kann ich die Quest abbrechen? So ist das Schwachsinn. Ich habe viel zu viel Zeit verloren, indem ich den da gesucht habe und da kann ich auch sagen, das wird sowieso nichts, das breche ich ab. Ah, mein Gott, ey. Da hat der Kampf gegen den Raffalos so gut angefangen. Lässt es mal weg den Raffian und lauf weg. Dann folgt der Raffian mir ja eigentlich. Ja, toll. Du hast mir auch nicht geholfen. Wo ist jetzt das nächste... Wo ist das... Wo ist die Schneesterben? Wo komme ich am schnellsten nach oben? Könnte fast da sein, ne? Aber das Problem ist auch, dass ich jetzt langsam ehrgeizig werde und jetzt will ich es erst recht schaffen. Aber so schwer war der Raffalos nicht. Aber wenn... Also so schwer sind die beiden halt eigentlich nicht. Aber wenn sie zusammen sind, sind sie einfach... Ah! So. So. Jetzt zeige ich mir gleich auf der Kart hier. Ja, der ist ganz oben. Deshalb markiere ich mir den. Einfach weil er ganz oben ist. Und jetzt holen wir uns den Raffalos und machen den platt. Ich habe oben kein Lager, nö. Ich kann oben ein Lager haben. Kann ich mir später angucken. Jetzt möchte ich hier erst mal die Viecher jagen. Kann ich später mal eine Expedition machen? Vielleicht finde ich ja einen Lager. Lasst mich in Ruhe. Ich will nicht euch töten. Ich öffne mal ein bisschen. Ich blöde mich. Ich warte mal eine Indie. Ich lege doch mal ein bisschen. Ich lege mich. Ich lege dich. Oh, in der Tuneau. Weiß ich gar nicht, wo denn? Keine Ahnung, hab ich noch nicht gefunden, das Lager. Also, beziehungsweise, hab ich noch nicht, äh, in meinem Repertoire. Ja, wahrscheinlich, wenn nicht, warte mal. Wahrscheinlich hier, oder? Ne, hier ist so ein Blumenbeer. Andere Seite, nö, das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ich muss mir nachher mal angucken, aber jetzt möchte ich erstmal die Viecher erledigen. Dankeschön. Nö, der kann mich mal. Der kommt schön zu mir. Der kann zu mir kommen und nicht ich zu ihm. Ich jag den nicht nochmal durch hier alles kreuz und quer. Ja gut, da ich ja jetzt eher auf den komischen warte, kann ich ja eben auch einmal kurz gucken. Vielleicht kann ich's dann ja freischalten. Also, hier, dann geh ich nach rechts und dann geh ich jetzt nicht nach rechts, sondern nach... Ne, das sieht mir nicht nach Lager aus. Was ist hier? Boah, hier gibt's ja richtig viel. Dieser Ort wird sicher. Beeignet sich perfekt, um ein Lager aufzulagen. Hier ist das Lager, okay. Cool, danke. Aber ich geb zu, das hätt ich mir auch niemals angeguckt, hättest du nicht gesagt, dass ich das Lager noch nicht hätte. Ich hätt nämlich hier niemals so umgeguckt. So kann das blöde Viech jetzt bitte hier hochkommen. So kann das blöde Viech jetzt bitte hier hochkommen. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Ich kann dir verraten. Dann, mein lieber Raffalos, wir werden keine Freunde werden. Aua. Huch. Was passiert jetzt schon wieder? Ha! Nicht schon wieder. Ja, ist doch gut. Er ist nicht mal da drin. Das bringt mir nix. Wehe. Ich glaube eigentlich, das Wasser spült mich runter und wollte sagen, wehe, das Wasser spült mich runter, aber es hat ihn runtergespült. Und ich hab diesmal die Chance auch viel besser genutzt hier unten, nochmal richtig schön Schaden zu machen. Ne, mein guter. Das wolltest du doch. So, und jetzt, jetzt musst du dir hinterherlaufen. Gut, dann hab ich jetzt alle vier. Ah, ich hab gehofft, der guckt gerade in die Richtung. Hat der leider nicht. Oh, ich glaube, er ist sauer. Oh, jetzt ist ich schon wieder zu zweit. Das ist nicht gut. Kannst du mir folgen? Nochmal, Maestro, bist du nochmal so lieb? Ich kämpfe nicht gegen beide. Ja, komm mal weiter hier hin. Ja, genau. Genau. Und dass du Probleme beim Bremsen hast, verrate ich auch deinem Raffian-Kumpel nicht, ja? Wow. Wow. So. 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 Also der Raffalos eben hat coolere Kampfmus gemacht als du. Bis er dann den anderen dazu geholt hat. Das war die Scheiße. Dann kannst du bitte auch hier runterkommen, dass ich mir so wenig Platz immer. Ich möchte bitte hier gegen dich kämpfen. So hier in diese Richtung. Ist das okay für dich? Okay. Du mein lieber Raffalos, ich habe auch eigentlich keine Lust gegen dich gerade zu kämpfen. Du hättest auch einfach eben nicht deinen lieben Raffianer rufen müssen und alles wäre gut gewesen. Aber nein. Ist schon wieder los. Ich kämpfe nicht gegen euch beide. Wenn du kämpfen willst, komm hier hin. Hier bin ich. Hey, guten Tag. Ja. Richtig, ich bin hier. Mach mal, dass ich die Fliegen sehe, bitte. Ich weiß, wo der hin will. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. So einfach. So einfach. Aber ich will doch gar nichts von dir, Mann.